so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video wo ich will gar nicht aus der hand geben was ich gerade halte mein gott heute gibt es etwas zu schocken und zwar die shock attack eine xxl multi palmstar batterie die ist endlich auch bei uns im osten im lidl gab letztes jahr gab es ja schon in den meisten lidls ich glaube gegen bayern und so irgendwie keine ahnung jetzt gibt sie auch endlich bei uns das ist ein unfassbare schinken es ist unfassbar groß und ich habe so bock auf das teil ja deswegen habe ich gedacht komm ich nehme die jetzt mit für ein zwani gekauft wie gesagt im lidl so einem hat die 3130 gramm vielleicht 408 gramm und ich zeige euch die mal von innen also das ist das ist unfassbar die ist nicht also die ist locker nur ein ganz kleines stück kleiner als die ambush ja nämlich immer voll an der ambush so geil so groß ich freue mich so auf die batterie und ich weiß auch gar nicht weiter lange rum labern aus euch zu sagen kauft und die wenn der zerleger wirklich noch so ist die eh und je leute um wir sehen uns gleich bei der erzündung wieder ich hoffe euch gefällt bis gleich wiko schock attack wiko schock attack oder the core sag ich halt die ganze zeit wecken lassen also ja Das war's. Bis zum nächsten Mal.